Es beginnt der Superbowl vom Jahr 2021. Spitzt sich jetzt zu. Wir sind jetzt im Finale und es wird ein gigantisches Spiel. Zwei Tochmannschaften treifen wirklich aufeinander. Es wird einfach viel zu wild. Die Chiefs gehen die Seins. Ah, ah, ah. A touchdown. Oh, ah, ah. What the? Oh, oh, oh. Touchdown. Nein. Scheiße. Jetzt noch mal machen, jetzt noch mal ein Tor. Komm, 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 komm. Ja, ein Touchdown. Ach, komm, komm. Ja, geht mal ein zweiter. Jetzt muss ich alles unterneiden. Und ich habe immer den Gespräch POST. Weil die Offenleri immer sagen, ich will nicht die Flagge zu holen. Sie hat die Flagge zu holen. Aber Sie hat die Flagge. Touchdown. Mirland. Na muss Lohrens. Man hat einen Geist. Ja, jetzt kommt ihn von 42 zu. Einβ半, zwei. Dauer. Falsen. Und die Saints wurden Wurde der Gewinner Vom Super Bowl 2021 Es hat unglaublich viel Spaß gemacht Made in NFL 20 Zu spielen Ja und dann würde ich sagen Sehen wir uns vielleicht Nächstes Jahr wieder in Made in NFL 20 Beim Super Bowl 2022 Bis dahin, tschüss und haut da rein